Wir waren von unserer Schule heute als Mentoren beim Nicht-Egal-Projekt dabei. Und das Hauptthema war die Anonymität im Internet. Ja, also wir haben erlebt, dass die Klasse erstaunlich gut mitgearbeitet hat. Also wir sollten ja eine Placement, die Placement-Methode machen. Und da war ich ehrlich gesagt überrascht, weil jeder wirklich was dazu aufgeschrieben hat und auch was dazu beitragen konnte. Und jetzt drehen wir gerade die Filme und das läuft auch überraschend gut, muss ich sagen. Meine Botschaft ist, beleidigt nicht wahllos, sondern gebt lieber konstruktive Kritik ab. Und denkt daran, dass hinter jedem Computer da draußen auch ein Mensch ist, der verletzt werden könnte.